kommen wir gerade rechtzeitig war ja so bin ich ja so bin ich stelle bevor ich hätte später erst an die war ja das vorbei gewesen aber es geht nix über ein gutes timing kommt mal wieder längst ja nur mit der ruhe so ist die ecke hier aufräumen wahrscheinlich und den stillen boris zur stille boris kucke ein an langfinger also ich muss mir noch besorgen ich weiß ja nicht 20 20 ja na Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, ne, schön, wie ist der Boris, ne, wie ist er, zu viel Seife reingemacht in dein Waschzeug, da hast du sie sehen, Schauen wir mal, was ich für euch hab, komm mal wieder längs, ihr seid mein liebster Kunde, so, da ist was zu hacken, das ist mein, da bin ich, ach da, so, ich will euch mal, was hat die Karte, da geht's weiter, in die Richtung, so, 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 karte sieht das zu kurz aus wir gucken auf unsere minimap da oben alles auf kurs bei euch da zieht was auf ich spüre es in den knochen neue ecke golems golems besiegen hört sich so an wahrscheinlich halt die beschützer steinbruch zwerge das könnten golems sein elementare ich habe kein ziel das ist kein nö完 sch d ich 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 So, diese Bowers. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. ja muss ich ruf sammeln haben wir damals ja auch schon einmal ja 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 Können wir den Arsch verbrennen oder was? Ja, aber ein bisschen knisterig. Ah! Okay. Oops. 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 Wie befreien, wie befreie ich die denn? Haha. Sorry, dass ich euch vorher und so ne? Ich unwissender. Haben wir denn noch genug Skelette? Wie kann ich die Skelette mehr da? Scheiße. Oder? 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 Und noch mal ist mein Tienda. Ich hab' mir vorher überhaupt nie gesehen, dass ich nicht mehr und so ja da haben wir sind es abgezählt oder kriegen wir noch irgendwo einher einpacken noch nichts wollte man noch einpacken jetzt zu tief runter wahrscheinlich äh wo sind wir denn ach da ist der ne die sehen wir ja noch wir müssen erstmal nochmal ja das kann sein ja 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 skelett macht sich nicht kaputt eins brauche ich noch ja so erledigt jetzt kann man der frau helfen jetzt können wir auch erstmal fertig machen da geht dann kumpel kumpel ja 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 wir haben immer geile Sachen da sagst du mir was, Talentpunkt ist geil Steinchen so, Talentpunkt hier drüben gezielter Schuss bei denen wir ja nun wirklich oft geschützend dann versuchen wir das mal oh, jetzt wieder der Schuss ach, kürzlich, 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 kürzlich am lieblich der Schuss okay die Das war's für heute. ach so das war ich dachte ich muss eskaltieren oder so so machst du das kann ich doch auch das können wir doch nicht bewegen und so